Hallo zusammen, wir gehen jetzt gleich zur Buseitestelle, oder jetzt ein bisschen später, weiß ich nicht, wie wir es immer gucken. Wir checken jetzt auf jeden Fall gleich hier aus aus unserem Hostel in Tulum und für Nele geht es dann nach Bacala und für mich geht es nach Cozumel. So, wir trennen uns heute und das war hier voll schön mit dir. Dann seht ihr heute, wie es bei mir weitergeht und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.